Mein Name ist Jens Wagner. Eva Wendig. Anna Steudl. Pilber Wagner. Gut. Wagner. Wie man sieht, nicht mehr so ganz jung. Kathleen Klinger. Alf Schmidt. Ich bin verheiratet. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin Inhaber der Generalagentur. Hauptteil meiner Arbeit ist im Außendienst. Das heißt, ich sitze direkt beim Kunden. Wir untersuchen dort die Bedürfnisse des Kunden hinsichtlich der Versicherungsdinge und versuchen dann maßgeschneiderte Lösungen zu finden. Mein Berufsalltag, wie sieht der aus? Mein Agenturalltag ist bunt gemischt. Es wird natürlich zuerst die Computerwände angemacht. Nicht selten weiß ich früh beim Start 8 Uhr in der Agentur noch gar nicht, was mich bis zum Abend erwartet. Es ist am Ende so. Alle Gespräche, die bei uns ankommen, landen zuerst bei mir. Es werden Angebote vorbereitet. Ich fahre direkt zu fern, direkt rein zu fern. Unser Büroalltag ist für mich im Wesentlichen von Innendienstarbeit geprägt. Ich bin dafür zuständig, eingehende Anträge zu bearbeiten. Die wichtigsten Vorgänge mache ich dann natürlich als Erste. Oft ist es ja so, dass mein Chef noch von dem Tag davor irgendwelche Vorgänge hat, die noch wichtiger sind als die, die ich mir gedacht habe. Ich bin der Charakter der Agentur. Also wir sind natürlich erstmal eine ganz normal funktionierende Generalagentur. Wir sind, da lege ich unheimlich viel Wert drauf. Wir sind ein Agentur-Team. Das wollen wir auch bleiben. Dass wir zusammenhalten, dass das eine sehr familiärische Atmosphäre ist. Wir sind, meine ich, außerordentlich zuverlässig, sehr dynamisch, ehrlich, vertrauenswürdig und jung. Wenn ich wirklich gerne hierher komme, weil ich mich hier wohlfühle. Und das ist ja so, wenn man sagt, also hier ist auch Arbeit, dort fühlst du dich wohl, weil dort gute Atmosphäre ist. Du kannst auch immer jemanden fragen, du bekommst immer Hilfe. Was unsere Agentur besonders macht, ich denke, dass das einfach der absolut persönliche Service ist. Wir sind in aller Regel bei unseren Kunden. Wir identifizieren uns auch im Schadenfall mit unseren Kunden. Damit man sich auch ein Jahr noch gut mit einem freundlichen Lächeln ins Gesicht gucken kann. Es ist also uns ganz wichtig, dass wir für die Kunden praktisch die Problemlöser sind. Das Rating, das Service Rating, das ist am Ende so, wir haben uns von außerhalb werten lassen. Wir werten zur Hälfte Kundenmeinungen über die Betreuung, über die Arbeit der Agentur. Genauso wie Analysen der richtigen Agentur, wie wir uns für den Kunden vorbereiten, wie wir am Ende bei dem Kunden auftreten. Und dort kann ich mir stolz sagen, haben wir dieses Jahr die Bewertung mit Exzellent erhalten. Das ist die Bestnote. Unsere Kunden, die in der nächsten Zeit Post von uns erhalten, werden also auf ihren Briefköpfen nicht mehr die Marke sehr gut finden, sondern neuerdings exzellent. Das ist die Bestnote. 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 Das ist die Bestnote.